So, was hast du? Du hast zwei Crewmitglieder, sehr schön, und zwar ein Engi und einen Menschen. Repair-Geschwindigkeit ist verdoppelt, Kampfgeschwindigkeit ist halbiert, das ist natürlich ärgerlich, zumal wir kein Mantis Security Team haben. Und er ist 10 Scrap teurer. Wir haben schon ein Engi für die blauen Spezialfähigkeiten. Reparieren ist schon wichtig mitten im Kampf. Also ich glaube, ich gebe die 10 Scrap extra dafür aus. Außerdem hat er einen GM in seinem Namen. Und Game Master muss man immer mitnehmen. Also, wir hätten gerne einmal eine Komplettreparatur. Wir hätten gerne 1, 2, 3 mal Treibstoff und wir hätten gerne eine Rakete. Ja, gut. Also, sobald wir das Scrap zusammen haben, müssen wir unbedingt die Waffenkontrolle erhöhen, damit wir unseren Burstlaser hier benutzen können. Weil wenn wir denn zwei Burstlaser in der ersten Runde haben, die sofort feuern können wegen dem Weapon Pre-Igniter, dann geht das richtig ab. So, springen. Und wie ich gesagt habe, sind die Rebellen inzwischen bei dem Geschäft angekommen, aber nicht bei dem Ausgang. Sehr gut. Die kleine Fingertechnik hat funktioniert. Und irgendwas Besonderes? Ja. Ein Sympathisant kontaktiert uns. Wir wissen, dass eure Mission geheim ist. Na, nehmt diese Schermatik. Eine Anti-Chip-Drohne Mark 1 und 11 Scrap. Die Anti-Chip-Drohne macht einfach nur Schaden, richtig? Ja. Greift einfach immer nur das Schiff an. Gut, können wir entweder selbst benutzen oder verkaufen. Jetzt springen wir weiter. Und wir haben jetzt die Wahl zwischen Engie kontrolliert und Engie kontrolliert. wenn wir den hier oben nehmen, könnten wir theoretisch durchgehend durch zivile Sektoren fliegen das müsste dann einfacher sein, aber wir kriegen vielleicht auch weniger aber den Fehler habe ich schon mal gemacht ja, das macht eigentlich keinen Unterschied, wir können in beiden in einen gefährlichen Sektor, wenn wir es denn wollen also nehme ich einfach mal den oberen so, erstmal unser neuen Engi das ist GM Fox der kommt in die Antriebe, damit wir auch wieder mehr ausweichen können wo mehr ausweichen, ich glaube das kaufe ich mir mal ganz kurz, weil das mal eben 5 Punkte mehr ausweichen sind und jetzt springen wir, wir haben hier schon ein Geschäft das ist doch ein wenig ärgerlich ich hätte gerne vorher ein wenig Scrap gesammelt aber na gut, wir gehen da hin, wir gehen da hin und gucken dann zum Geschäft so obwohl wir eigentlich schon fast alles haben, was ich gerne hätte oh, was haben wir hier ein unidentifiziertes Schiff wird von Piraten angegriffen und die Piraten bieten uns Beute an, wenn wir sie in Ruhe lassen zwei Treibstoff, eine Drohne, 16 Scrap das ist gar nicht mal so schlecht jedenfalls war es im letzten Sektor nicht so schlecht aber je weiter wir vorankommen, desto mehr Scrap kriegen wir ja auch also ah, wir haben die Bomben nicht angeschaltet und er hat drei Waffensysteme na komm, greifen wir an so, Bomben an und die müssen erst hochgefahren werden das war wirklich doof hätte ich von vornherein aktivieren müssen aber na gut, wir schießen mit dem Burst Laser durch deren Schilde auf das Waffensystem hoffentlich komm, 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 komm ja, sehr gut jedenfalls angeschlagen so, Burst Laser hinterher äh ja, komm schon, schieß vor den schieß vor den, schieß vor den, schieß vor den ja, und das falsche deaktiviert aber na gut, wir haben noch ein Heavy Laser hier, glaube ich und einen Pin aber unser Schild ist schon wieder auf zwei Punkten sehr gut also, wir schießen gleich wieder auf das Waffensystem wir dürften nur schießen können, bevor der da schießen kann und, 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 und ja okay, die tauschen sich immer ab das heißt, nur der eine da oben kann schießen das macht er aber irgendwie sehr selten oh, und da ist wohl ein Feuer ausgebrochen Waffensystem ist jetzt komplett zerstört sehr schön wir schießen mal was schießen wir denn? auf die Schilde so, jetzt kommt wieder das Spiel von letztem Mal das hatten wir ja schon sie bieten uns jetzt was an sechs Treibstoff, zwei Drohnen, neun zehn Scrap wenn wir jetzt weiterkämpfen, bieten sie uns wieder was an und, äh ja, letztes Mal, als wir dann die Piraten endgültig vernichtet hatten kam dann die Nachricht von dem unbekannten Schiff Dankeschön, dass ihr uns geholfen habt dafür reparieren wir euch und wir waren eh voll das war unsere Belohnung also nehme ich jetzt eventuell das zweite Mal das an außer, es ist eine Zufallsbegegnung und wir kriegen vielleicht doch was Gutes aber das können wir uns einfach nicht leisten wir brauchen das Scrap also, erstes Mal verhandeln, lehnen wir ab und schießen weiter auf deren Waffen unsere Bombe ignorieren wir erstmal weil wir nicht so viele Raketen haben Burst, Laser, komm schon zack, 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 zack und die müssten eigentlich aufgeben oh, jetzt können sie nicht mehr aufgeben 37 Scrap, das ist schon mal ordentlich und wir gucken uns das andere Schiff an das Piratenziel springt schnell weg bevor wir eine Chance haben mit ihm zu sprechen ähm, äh, 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 äh also jetzt schon das zweite Mal dass so was komisches am Ende kam aber es waren zweimal verschiedene Sachen was mich darauf schließen lässt dass es hier noch eine dritte oder vielleicht noch eine vierte Möglichkeit gibt wie das Ganze ausgehen kann aber na gut, continue wir haben jetzt den S-Bomb aktiviert wir haben keinen Schaden davon getragen jeder ist an seinen Posten und springen wir doch mal weiter wir wollen nicht ins Geschäft wir wollen da hin so, ein Mentes-Ship greift ein Zivilschiff an da helfen wir doch mal so, die haben einen sehr großen Raketenwerfer und ein Heavy Laser wir haben vollgeladene Waffen Bombe auf die Schilde bitte was zur Hölle die Bombe ist gar nicht durchgekommen und wir haben einen Angreifer an Bord äh, ja, und jetzt haben wir nur hier unsere komischen Leute ähm, du greif mal da an zusammen mit dem so, rein da Burst Laser ist fertig Burst Laser schießt auf Schilde sonst können wir da nicht durch Heavy Laser von denen kommt nicht durch aber diese Waffe wird auf jeden Fall durchkommen die sieht sehr böse aus also S-Bomb auf die Waffensysteme da wird er hoffentlich nicht oh, zu spät wow, drei Schaden okay Burst Laser auch auf die Waffen so, Waffen sind wieder angeschlagen die nächste Bombe kommt aber auf die Schilde aber erst wenn der Burst Laser soweit ist so, wir haben die Angreifer zurückgeschlagen du versuchst mal das Feuer auszumachen du versuchst dich zu heilen du brauchst unbedingt mehr Energie äh, das aus, das an die Bombe ist soweit auf die Schilde Burst Laser auf die Waffen sehr schön da warst ein zäher Brocken also Feuer ist aus du reparierst du gehst zurück zum Waffensystem du gehst zu den Schilden so wir könnten wieder eine Bombe schmeißen aber wir haben nur noch eine Rakete das ist nicht so gut wir schießen einfach weiter auf den Burst Laser auf deren Waffensysteme und nächste Runde sollten wir auf die Schilde schießen denn sonst kommen wir da gar nicht mehr durch oder wir zerstören sie auch mit dem Atelier-Revime wir bekommen zwei Raketen sehr schön eine Drohne und 25 Scrap und das Zivilschiff repariert uns ja, sehr schön weiter äh, äh, und Sauerstoff an wir haben 63 Scrap eigentlich würde ich ganz gerne Energieball im Kaufen aber wir könnten zu dem Geschäft da oben fliegen alternativ also wir verlieren ja dadurch einen Sprung dass wir zu dem Geschäft fliegen alternativ könnten wir auch einfach weiter hier in der Gegend rumspringen und so schön viel Scrap sammeln dass wir dann benutzen können um unsere Schilde aufzubauen um unsere Systemleistung allgemein zu erhöhen um den Burst Laser zu aktivieren und so weiter also vielleicht sollten wir gar nicht in das Geschäft gehen wir haben zwar nur drei Raketen aber ich hoffe mal dass wir im nächsten Kampf wieder Raketen bekommen ja, so eine Sache mit der Hoffnung, ne? wir bräuchten oh, wenn wir jetzt nochmal einen Punkt draufsetzen könnten wir schon den zweiten Burst Laser benutzen ha also wir bräuchten 35 dafür 25, das wären 60 Punkte das mach ich doch mal so, so S-Bomb deaktivieren Burst Laser aktivieren ok, wir haben jetzt in der ersten Runde fünf Laserschüsse ah, ein Schadenspunkt die gleich losballern können und wenn das dann nicht klappt also wenn die zu hohe Schilde haben können wir immer noch den Burst Laser deaktivieren und die S-Bombe aktivieren um halt die dann auszuschalten, die Schilde ja, doch, sehr schön springen, Geschäfte ignorieren wir jetzt weil wir gar keinen Scrap haben also springen wir erstmal da hin oh wir helfen einem Engi Forschungsschiff und kriegen dafür 16 Scrap und eine Anti-Personal-Drohne die könnten wir allerdings mal verkaufen weil das Anti-Ship und Anti-Personal aber na gut, wir haben Strap bekommen aber nicht genug für einen weiteren Energiebalken nee springen wir weiter die Rebellen kommen das heißt wir springen da hin und dann langsam Richtung Ausgang kann man schauen gib mal einen Gegner ich will meine Waffen ausprobieren ja, sehr schön wir sehen zwei Schiffe die in einem schweren Kampf bewickelt sind ein Mentes Militärschiff mit drei Waffen anscheinend und zwei Schildpunkten da helfen wir trotzdem so drei Waffen davon das einzelne Raketenwerfer wir haben aber unsere beiden Burstlaser und damit schießen wir direkt auf die Waffensysteme Burstlaser 1 Burstlaser 2 hinterher komm schon, komm schon, komm schon ein Treffer sonst ist doch albern aber gut, wir haben wenigstens keine Raketen verbraucht so, wir haben wieder zwei Mentes an Bord ich mach mal hier die Türen auf damit sie ersticken hoffentlich und wir sollten vielleicht demnächst mal unsere Türen verstärken so, die machen unsere Artillerie kaputt damit kann ich Lee oh, wo wollt ihr jetzt hin? jetzt machen sie unseren Sauerstoff kaputt das ist schon ein wenig schlimmer wir sollten demnächst unseren Mentes mal abziehen in die Krankenstation und ich glaube ich ziehe ihn von den Schilden ab da der eine da nicht durchkommt so, unsere Waffen sind gleich fertig seine Schilde sind wieder aufgeladen wir müssen seine Schilde ausschalten Burstlaser auf die Schilde Burstlaser auf die Schilde oh, ein Treffer könnte verursachen so, das hier können wir wieder zumachen oh, und das die Waffensysteme sind angeschlagen nein, und der Mentes muss das reparieren du ziehst dich mal zurück und ja, die machen nach und nach alles kaputt aber damit kann ich leben erst muss unser Waffensystem wieder funktionieren so, sehr gut nehmen wir mal einen Burstlaser an wir könnten jetzt mit unserem Burstlaser schießen aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir durchkommen den bewahre ich mir lieber auf obwohl, der müsste eigentlich gleichzeitig mit dem fertig sein na gut, dann schießen wir mit dem Burstlaser einfach mal aufs gerade wohl auf deren Waffensysteme äh, auf deren Schildsysteme und ihr beiden versucht jetzt die Angreifer aufzuhalten in der Krankenstation so Schilde von denen sind angeschlagen sehr schön dafür kommt jetzt schon wieder eine Rakete rein und unser Sauerstoff geht langsam runter aber wirklich langsam also soweit ist das okay Rakete auf die Schilde ist nicht so gut die Schilde sind angeschlagen wir können sie nicht reparieren weil wir im Kämpfen sind wir sollten auch unbedingt Energie in die Krankenstation setzen und einen Punkt noch ins Ausweichen so, damit sie auch hier geheilt werden Burstlaser ist fertig, Burstlaser ist fertig wir schießen Burstlaser auf die Schilde Burstlaser auf die Schilde damit die hoffentlich jetzt endlich mal richtig angeschlagen oh nein Kameras sind ausgeschaltet und der Kampftrupp hat sich verabschiedet dann geh du mal zurück ins Waffensystem du zurück ins Schildsystem mit dem Sauerstoff kommen wir jetzt erstmal so klar Krankenstation kann deaktiviert werden Schilde können gleich wieder aktiviert werden oh 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 das ist nicht gut komm schon Schilde Schilde sind an okay Waffen sind fertig schieß auf die Schilde schieß auf die Waffen und Artilleriebeam hinterher kaputt der Kampf war anstrengend wir kriegen dafür einen Treibstoff eine Drohne 23 Scrap das ist nicht ganz so viel aber ich hoffe mal dass die Zivilisten uns jetzt reparieren nö die Zivilisten sind abgehauen während wir die anderen beschäftigt haben Feiglinge na gut ich hätte wahrscheinlich dasselbe gemacht aber trotzdem so irgendwo brennt es beim Sauerstoff wir können die Türen nicht aktivieren weil die Türen ausgeschaltet sind okay das heißt wir müssen jetzt Türen reparieren am besten mit zwei Engi zwei Engi sagte ich danach machen wir die Türen auf um die Feuer hier zu löschen und der Steinmensch kann wohl machen die führen wieder zu und wir lassen den Steinmensch das alleine machen das ist gar kein Feuer oh wir haben inzwischen nicht genug Sauerstoff okay so Engi und Engi schnell reparieren Krankenstation einmal anmachen bitte und du in die Krankenstation du auch in die Krankenstation oh Krankenstation anmachen sagte ich oh das war knapp hätten wir fast wieder unser viertes Krummutglied verloren das muss ja nicht sein so du gehst zurück zu den Waffen du bist unser Antriebsmensch in Anführungszeichen du vergisst nicht da zu operieren und du heilst dich alle Türen zu Sauerstoff ist inzwischen wieder okay du hast repariert du kannst zurück ins bist du unser Lokopilot ne du bist unser Schildmensch er hier ist unser Pilot neuerdings so du zurück zur Pilotenkanzel unser Mensch ist ja vor einer Weile gestorben eine gute Gutsch